Hallo zusammen, ich bin Mathis, Barber aus Zürich, zum Haarmann barbieren an der Geroldstrasse. Ich mache von der klassischen Nassrasur über traditionelle Herrenhaarschnitte bis moderne Sachen. Seit letztem August Mieter bei Projekt Interim. Also ich wohne und arbeite hier. Ich wollte mich schon immer selbstständig machen. Projekt Interim hat mir hier schon den Start mega vereinfacht. Selbstständigkeit sollte mir nicht die krasse Halsschlinge anlegen. Und darum sind halt eben so Zwischennutzungen mega cool. Ich bin nicht so krass an Fixkosten gebunden. Wenn es mir läuft, dann bin ich recht schnell draussen. Und eben jetzt mit Corona und die Leute zuhause bleiben, dann kann man das auch eher stemmen, als wenn man dann irgendwie 2000 Franken Miete zahlen muss. Von daher ist das eine mega Chance für mich. Zürich Haarbrücke, ich glaube niemand hat so eine günstige Miete wie ich hier. Hinter euch hat es zwei Wände, die bestückt werden mit Kunst. Ich mache alle zwei Monate Vernissagen. Wo wir bis jetzt damals auf der Terrasse ein Apéro haben. Und da im Raum kann man dann Kunst anschauen. Das sind wirklich mega coole Synergien, die da entstehen. Eben mit dem Bojan vom Grill Maniac hat man dann auch immer gerade einen Caterer im Haus. Er tut mich auch mega cool zu supporten. Er tut meine Visitenkarte bei sich in die Essensbestellungen. Danke vielmal Bojan. Ja es ist wirklich auch ein mega lässiger Mix, den wir hier im Haus haben. Wir haben die Studenten, die da wohnen. Wir haben Musikproduzenten. Der Grill Maniac, der Bojan, der super Burger macht. Neue Mühle, die super coole Kleider macht. Wo ich wirklich auch ein Kompliment an Interim machen muss. Ihr habt hier einen mega coole Mix hergebracht. Unter www.zumharman.ch kann man bei mir Termine buchen. Du kannst mir anrufen. Auf Instagram findet man mich unter zum.harman Interim Nutzer. So wie auch alle anderen, die das sehen. Ich freue mich auf euch.